So, wir haben 6167, hier seht ihr unser Zimmer, super schön begehbare Dusche, Badewanne, traumhaft schön, alles was das Herz begehrt, Platzgründen, großes Bett, riesen Kaffeekocher, riesen Schrank, ganz 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 toll. Und hier schauen wir jetzt mal raus, wir haben unser Zimmer direkt auf der Autobahn, aber man hört fast gar nichts, super toll, Isolierung, hier genau gegenüber ist das Sheraton Hotel, wir liegen auf der Autobahn gegenüber, direkt gegenüber vom Sheraton Hotel, und dahinter ist dann direkt das Terminal 1. Und Matthias, wie gefällt das hier? Mir gefällt das sehr, sehr gut hier, und man hört wirklich überhaupt nichts von draußen, also man hört von der Autobahn gar nichts.